Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Und ja, das letzte 6 ultra krasse Noobfehler-Video kam mir eigentlich relativ gut bei euch an. Bis auf die Ausnahme, dass ich ziemlich komplett verdummt war. Das heißt, das Ganze heute nochmal in ähnlicher Form wieder einige Fehler, die doch sehr, sehr, ja fatal sind, werde ich euch heute vorstellen. Das Ganze allerdings dieses Mal doch in etwas geordneterer Form und ein bisschen, ja nicht ganz so abgespaced. Ich würde auch sagen, wir lassen uns hier nicht ganz so viel Zeit und fangen auch direkt mit dem ersten gewaltigen Fehler an. Und hier haben wir nämlich einen, den auch einige tatsächlich unter dem letzten Video geschrieben haben. Für den ersten Fehler, man nehme folgende Zutaten. Wir haben einen Baron, der natürlich im Baron Pit ist, zusammen mit dem ganzen Team. Wir sind relativ, sagen wir mal, im Late Game, so bei der 40. Minute und man nehme zusätzlich einen Articary. Dieser Articary ist Vollbild, würde mit jedem Auto-Tag für 800 oder irgendwas Damage critten. Und jetzt passiert folgendes. Man kennt es und man kennt es sehr, sehr gut. Ich denke, hier werden einige Leute auf jeden Fall aus ihrer Seele dieses Erlebnis miterleben können. Denn es gibt immer wieder diese Situation, ja, der Gegner wardet in das Baron Pit hinein, um genau diesen Baron zu sehen. Aber, was euer Articary nicht sieht, ist, dass ein Control-Ward von euch dort steht und sofort dieses Ward deaktiviert. Das heißt, dieses Ward ist deaktiviert. Es kann nichts sehen, außer sich selbst, ja. Das heißt, es ist komplett useless, also wirklich 100% nutzlos. Und euer Articary, Full-Item-Build mit 800 Damage mit jedem Auto-Tag, greift seine nächsten drei Auto-Tags auf dieses tolle Ward an, was deaktiviert ist und komplett nutzlos ist. Das heißt, der Tipp hier raus, bitte greift niemals deaktivierte Wards an, wenn ihr gerade irgendwas macht, was wirklich wichtig ist und wo ihr den Damage braucht. Selbst wenn ihr nur ein Supporter seid, der, keine Ahnung, mit seinem Auto-Tag und seinen Spells 60, 70, 80 Schaden macht. Das ist komplett egal. Weil im Prinzip kann es vielleicht sein, wir können jetzt einfach mal die Hätte-Wenn-und-Aber-Spekulation hier starten. Ihr seid Supporter, ihr seid Top-Lane, ihr seid Mage, was weiß ich, was ihr seid, ist auch egal. Ihr greift jetzt nicht den Baron an, sondern haut eure Auto-Tags, die insgesamt 200 Schaden machen würden, auf den Watt drauf. Diese Zeit, die jetzt fehlt, beziehungsweise der Damage, der auf dem Baron fehlt, gibt dem Gegner schon Jungler genügend Zeit, zum Baron hinzukommen, in den Baron-Pit hinein zu flashen und diesen wegzusmilen. Klingt verrückt, ist aber so ähnlich mit Sicherheit schon mal irgendwo passiert. Und wenn nicht, dann auf jeden Fall in X-Faktor. Kommen wir zum großartigen Fehler Nummer 2. Und zwar dieser Fehler, den habe ich schon mal in einer Analyse vorgestellt, aber ich möchte natürlich hier jeden Teil dran lassen haben. Und zwar folgendes. Nehmen wir an, ihr seid Jungler und ihr seid ein Kopfgeldjäger. Das heißt, eine Person, die jeder fürchtet und so ist es ja tatsächlich auch. Das heißt, als Top-Laner hast du keine Lust, dass dieser Kopfgeldjäger auf die Top-Lane kommt und deinen Kopf nimmt und sich sehr, sehr viel Geld abholt. Genauso sieht es auch in der Mid-Lane und auf der Bot-Lane aus. Was sollte ein Kopfgeldjäger sein? Ein Kopfgeldjäger sollte im Prinzip so sein wie ein Assassine, wie ein Ninja. Er sollte unsichtbar sein. Das heißt, niemand weiß, wo er ist, bis er dann plötzlich auf der Top-Lane aus dem Busch kommt und dich umbringt. Das heißt, du bist ständig am Zittern, du hast ständig Angst, du weißt nie wirklich, wo er ist und wann er zuschlagen wird. Am besten dann, wenn du es am wenigsten erwartest. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Fehler. Dieser Kopfgeldjäger denkt sich jetzt, hm, okay, da unten im Fluss, da ist noch ein Taunty, den mache ich jetzt mal ganz fix. Und jetzt, hm, okay, Mid-Lane kann ich nicht ganken, aber über die Mid-Lane zu laufen, ist der beste Weg, um in die obere Seite zu kommen. Das heißt, in den oberen Jungle oder in den oberen Fluss oder was weiß ich. Und er läuft jetzt einfach so durch die Mitte. Und genau in diesem Moment hat er 30 Quadrilliarden Fehler gemacht. Der erste, und das ist eigentlich nicht der Fehler, den ich euch vorstellen wollte, ist, ihr klaut eure Mid-Lane XP. Und das bringt mich persönlich so unglaublich oft und hart zum Tilten, weil in der Mitte geht es meistens darum, wer wird zuerst Level 6. Wird der Gegner zuerst Level 6, killt er mich oder er zonet mich auf jeden Fall komplett weg. Werd ich Level 6 zuerst, kann ich den Gegner killen oder ebenfalls ihn einfach wegzonen. Wenn der Jungler durch die Mitte läuft, dann klaut ihr euch XP und ihr seid dadurch, auch wenn ihr vorher im XP vorne wart, jetzt wahrscheinlich im XP even oder vielleicht sogar behind. Das zweite, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ist, dass jetzt jeder weiß, okay, hey, ihr seid der Kopfgeldjäger und ihr seid gerade in der Mitte durch Deutschland gelaufen. Das heißt, Amerika oben auf der Top-Lane kann sich denken, okay, hey, der ist gerade in Deutschland, ich habe jetzt noch locker 10 Sekunden, ich habe jetzt noch locker 15 Sekunden und kann hier irgendwas battlen. Oder im schlimmsten Fall, unten auf der Bot-Seite, Papa Neugunea, die denken sich so, okay, der ist gerade in Deutschland, der läuft gerade oben nach Amerika. Das heißt, wir haben jetzt 300 Jahre Zeit, unten auf der Bot-Seite, übelst aggressiv zu spielen, den Gegner unter dem Tower zu pressure, den Tower vielleicht einzunehmen, die Gegner zu traden, ohne dass überhaupt die geringste Gefahr besteht, dass dieser Dude hier ankommt. Und damit sind wir ja noch nicht bei allen Spielern durch, es gibt ja auch immer noch den gegnerischen Kopfgeldjäger. Dieser denkt sich ebenfalls, okay, hey, er ist gerade oben in Amerika, das heißt, ich kann jetzt locker unten nach Südamerika gehen, dem seinen ganzen kompletten Jungle, seine ganzen Tabakfarm oder was auch immer in Südamerika da wächst, einzusammeln oder er snackt sich einfach alternativ den Infernal oder Erddrache, der gerade da ist und oder gankt zusammen mit eurer Bot-Lane Papa Neugunea und macht daraus um 3 gegen 2, bringt die gegnerische Bot-Lane zum Rippen, holt sich noch direkt den Tower und komplett ist euer Game auf einmal über den Haufen geworfen, nur weil ihr durch die Mitte gelaufen seid. Und die Moral von der Geschichte, durch Mid-Lane laufen, lohnt sich nicht. Außer ihr gankt die Lane übelst weg, aber selbst dann gibt ihr den Gegnern Informationen. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, in Silber interessiert es niemanden, dass der Jungler durch die Mitte läuft, weil einfach niemand auf die Map guckt oder niemand so diese Map-Awareness hat, dass er weiß, okay, der Jungler ist gerade da, der Jungler ist gerade dort, der Jungler ist gerade hier. Und genau jetzt kommt hier ihr ins Spiel und zwar könnt ihr jetzt sagen, okay, hey, der gegnerische Jungler und die gegnerischen Spieler nutzen zwar dieses Wissen nicht aus, aber ich werde genau dieses tun. Der gegnerische Jungler läuft gerade nach oben und ich nehme ihm jetzt komplett seinen Bot-Side-Jungle weg. Ich werde den Infernal-Dragon machen, ich werde seine Lanes ganken, ich werde ihn Counter-Junglen, weil ich weiß, wo er als nächstes ganken wird, weil ich gesehen habe, er läuft durch die Mid-Lane, er wird nach oben ganken, ich werde ihn genau dort abfangen, etc. Egal was, versucht dieses Wissen komplett zu abusen, denn genau dieser Punkt könnte der Punkt sein, der euch dann am Ende aus der Silber-Elo, aus der Gold-Elo, aus der Platin-Elo entkommen lässt. Denn ihr wollt ja besser sein als die Gegner und nicht denselben Scheiß machen. Ich weiß, ich ziehe das gerade ein bisschen lang, aber es ist einfach so unglaublich wichtig, denn noch ein Beispiel hier zu dieser Stelle. Twitch-Jungle ist gerade nicht so im Trend, wird aber mal wieder bestimmt irgendwann in den Trend kommen. Was macht er? Twitch-Jungle fängt immer beim Red-Buff an und gankt mit Level 2 die zwei nahegelegensten Lanes. Das heißt, fängt er unten an, gankt entweder die Mitte oder die Bot-Side. Immer. Das heißt, wir nehmen das Szenario, macht den Red-Buff auf der Bot-Side und gankt dann auch die Bot-Lane. Was heißt das? Genau, er ist mit einem Buff, dem Red-Buff, den man sehen kann auf der Bot-Side mit Level 2. Wo ist er also nicht richtig an seinem eigenen Blue-Buff? Was ich dann immer und immer und immer und immer und immer wieder sehe, ist, dass mein eigener Jungler dann zu seinem zweiten Buff läuft. Das ist für mich nicht verständlich. Er könnte komplett for free in den Jungle von Twitch reingehen, seinen Buff wegnehmen und die komplette Jungle-Seite leerclearen und dann seinen eigenen Jungle nehmen. Wenn der gegnerische Twitch diesen Gank machen will, der ist High-Risk, High-Reward. High-Risk in dem Sinne, dass er komplett normalerweise seinen kompletten Jungle verliert. Level 2-Gank sieht man aktuell relativ oft. Das heißt, gankt jemand mit Level 2, cleart seinen kompletten Jungle weg. Klar soweit? Der nächste Fehler, den wir haben, der bringt mich selbst unglaublich hart oft zum Tilten und ich glaube, die Leute, die merken das einfach selber gar nicht, weil sie einfach ihr Gehirn nicht benutzen. Und ich persönlich sehe es super oft in Diamant 5, Diamant 4. Klar, wie gesagt, kann man darüber diskutieren über diese Elo. Aber auf jeden Fall folgendes Beispiel. Objectives auf der Map sind alle gerade weg und ihr habt einen Inhibitor verloren. Das heißt, ja, die Super-Minions in der Mitte pushen rein, ihr habt relativ wenig Vision, ihr seid in der verteidigenden Situation. Das heißt, ja, es ist alles relativ gefährlich, aber immerhin sind keine Objectives da, die ihr verlieren könnt. Nur die Mitte der Inhib ist weg. Auf der Top-Seite und auf der Bot-Seite ist noch mehr oder weniger alles im Lot. Was macht euer Adi-Carry? Adi-Carry ist der Beste, um die mittleren Super-Minions zu clearen. Vielleicht auch der Magier. Wir wollen jetzt nicht nur auf Adi-Carries rummocken. Nehmen wir also den Magier. Wollen ja ein bisschen fair bleiben. Das heißt, die Super-Minions und die normalen Minions treffen sich gerade 100% in der Mitte. Der Magier denkt sich also, hm, okay, wir haben gerade zwar wenig Vision. Also er denkt offensichtlich gar nicht, muss man an dieser Stelle schon mal sagen. Aber er denkt sich, okay, ich gehe da jetzt in die Mitte und cleare diese Super-Minions weg. Komplett ohne Gehirn. Denn was jetzt passiert ist, hey, ihr habt keine Vision. Die Gegner hocken wahrscheinlich schon überall irgendwo drumherum und werden euch instant catchen. Die Person ist tot und dadurch ist auch mindestens ein weiterer, wenn nicht sogar beide nimmst, oder das ganze Spiel tot. Wahrscheinlich wissen die meisten von euch jetzt noch nicht, worauf ich hinaus möchte. Aber folgendes. Was können Super-Minions? Oder was sind Super-Minions? Super-Minions sind super groß, super stark und super geil. Das heißt, diese Dinge clearen. Ich glaube, so ein Super-Minion reicht, um eine komplette Wave wegzuklären. Was passiert also, wenn ihr diesen Minion da gerade in diesem Moment nicht angreift? Richtig, der cleart eure gesamte Wave weg, was erstmal natürlich geil ist, weil der Gegner dann Gold verliert. Aber er pusht die Lane super hart rein, so hart rein, dass ihr einfach warten könnt, dass dieser Super-Minion in eure eigene Basis hineinläuft und ihr ihn dort relativ safe einsammeln könnt. Warum sollte man den Super-Minions entgegenkommen, wenn die Super-Minions doch zu euch kommen? Ihr müsst nur kurz etwas Geduld haben. Ihr verliert meistens nicht mal den Minion, weil wie gesagt, die Super-Minions super stark sind. Ihr müsst nur etwas warten und kurz euer Gehirn einschalten. Es passiert einfach so unglaublich oft und ihr könnt ja mal gerne selber sagen, wie oft ihr sowas seht, dass dann wirklich eine Person da hingeht zum Clearen super aggressiv und dann dort gecatcht wird und dann ist das Game halt over. Fairerweise muss ich hier allerdings sagen, es gibt tatsächlich Ausnahmen. Ja, das heißt, ich habe gerade das Szenario genommen, dass keine Objectives wie Baron oder Elder Drake auf der Map sind. Nehmen wir aber an, es ist ein Baron auf der Map und den möchte man vielleicht sogar contesten oder den kann man contesten, dann kann man natürlich die Midlane-Vasalen, so 2-3 Waves, am besten zusammen als Team entgegen pushen, damit man ein gewisses Zeitfenster hat, diesen Baron dann halt eben anzufechten und zu traden. Genauso kann es auf der Bot-Side auch sein, dass wenn die Gegner schon Super-Vasalen dort pushen, dass man hier 2-3 Waves entgegen pusht, damit man dann ein bisschen Zeit hier hat und da nicht defen muss und dann zusammen zu 5 oben auf der Top-Side den Gegner schon push verteidigen kann. Das heißt, ja, es gibt Ausnahmen, aber es gibt einfach zu oft Situationen, wo es nichts auf der Map gibt und sich irgendjemand dann waghalsig in die Mitte stürzt und stirbt. Ja, das war es dann auch erstmal wieder mit meinen Tipps, ich hoffe, die waren auch wieder lehrreich und haben euch irgendwie so ein bisschen erleuchtet, ein bisschen weitergeholfen im Spiel. Wichtig ist natürlich auch immer die richtige Einstellung. Natürlich kennt jeder von euch diese Fehler und niemand macht diese Fehler, aber über seinen Schatten zu springen und sich einfach da mal ein bisschen mit zu beschäftigen, über die Map-Awareness etc., Das ist das Wichtige und das macht auch den Spieler zu einem besseren Spieler. Nur die Spieler, die sich wirklich selber eingestehen, dass sie Fehler machen, die werden auch wirklich besser. Ich wünsche euch was, auf Wiedersehen, haut da rein und bis morgen 15 Uhr. Goodbye! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.